Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar, wer es schon auf Twitter gesehen hat, ich werde gleich um 20 Uhr einen kleinen Livestream machen. Der erste von vielen habe ich mir sagen lassen. Und zwar wollte ich heute mit dem Modpack Project Ozone 2 Reloaded anfangen. Äh, ich glaube hier, das habe ich schon mal, ja, 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 danke. Hier so, das habe ich schon mal gedownloadet, das ist schon wieder ein Update raus. Gut, dann sage ich nochmal kurz das Update. Ich finde es so geil, wie das hier alles hintereinander verschwindet. Auf jeden Fall, äh, twitch.tv slash doshlp. Ich werde gleich nochmal eine Videobeschreibung packen und auf Twitter nochmal schicken und um 20 Uhr geht es dann los. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.